Hallo, wir sind das Mundharmonika Quartett Austria, kommen aus Oberösterreich, genau genommen aus dem schönen Salzkammergut. Wir haben bis jetzt immer gekämpft mit Zuschauerzahlen bei unseren Konzerten. Kein Mensch kann sich was vorstellen und deswegen wollen wir jetzt einmal in die großen Medien zur großen Chance, damit sich das ändert. Hallo, jetzt bin ich schon gleich überfragt. Was ist der Unterschied zwischen den Herren mit den kurzen und den Herren mit den langen? Reiner Größenunterschied. Sie meinen die Haare oder die Mundharmonika? Ich meine ihr Instrument, ihr Werkzeug natürlich. Ich hier hab zum Beispiel die Lange, die längste der Welt, 58 Zentimeter lang. Gratuliere! Das gehört aber zu den Hosensack-Instrumenten. Schön. Lasst eure Dinge für euch sprechen. Klingeln! 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 Musik 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 Fast so schön wie beim Majorskonzert. Ja, da gibts gar nix mehr dazu zu sagen. Mir wär am liebsten, ich spielts nur eins. Das nächste mal gern, ja. Voll genial. Also das ist ja nun mal auch nicht so unbedingt das, was ich so gerne höre. Ja, das ist ein anderer Kulturkreis. Also... Genau. Nicht mein Kulturkreis. Und dem bleib ich auch noch ne Weile fern. Diesem Kulturkreis. Abstimmen, wir fangen an. Ich hoffe, ihr habt eine Homepage, weil beim nächsten Konzert will ich gern dabei sein. Da bin ich mir sicher. In so ein großes Ding so flott reinzublasen, das muss man können. Super. 3 plus, das hat 10 auf der Sichernzeit. Danke, wunderbar. Die Carina hat gesagt, sie ist sehr beeindruckt von diesem langen Teil hier. Ich glaube, ich muss mich mit der Dame mal privat treffen. Ja, nein. Tschüss. Tschüss! ARD Text im Auftrag von Funk